Liebe Gemeinde, willkommen zurück. Der Fehler oder die Situation trat ebenso bei der regulären Version auf. Dementsprechend bin ich mir nicht sicher, woran es hängt. Vielleicht kriegen wir die Fischketten wirklich erst dann, sobald wir die Burg repariert haben. Oder es ist einfach ein Fehler, der passiert. In jedem Fall sollten wir unsere Kathedrale jetzt bauen oder unsere Kapelle. Wir haben mit dem Sprinten dann von unseren regulären Spielstätten weitergemacht. Wir wissen, dass sich hier bei den Minen Abschaum befindet, um den wir uns kümmern müssen. Wahrscheinlich wird der Auftrag sein, sich darum zu kümmern, sobald wir unsere Burg aufgebaut haben. Oder repariert haben. So, geben wir ein bisschen Schub. Aber gern. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Fertig. Und jetzt könnt ihr die Burg reparieren gehen. Denn ich denke, es wird wirklich Zeit. Im gleichen Rasenzug ausbauen. Das Gebäude ist ausgebaut. Und sobald wir 100 Steine haben, wird das hier noch ausgebaut. Normalgeschwindigkeit bitte. Gut, denn wir brauchen auch das Stehen der Heer, damit wir in der Lage sind, hier Formationen zu benutzen für unsere Truppen. Dann sterben wir nicht so schnell. Die Burg ist wieder repariert und die ersten Schritte zum Ausbau der Basis wurden eingeleitet. Jetzt sollten wir die Gegend erkunden und das Versteck des Feindes zu finden. Okay. Da werden wir uns gleich dran setzen. Und dann, dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen. Level up für Dario. Er braucht Anfänger, Steuer und Debutant in Bestechung sein. Ich denke, Bestechung sollten wir jetzt auf jeden Fall mal lernen. Ah, jetzt haben wir die Fähigkeit. Natürlich konnte er sie nicht anwenden, weil er die Fähigkeit gar nicht erst hatte. Mea culpa. Das ergibt natürlich Sinn. Ich hätte mich schon gewundert können, wir bestechten, ohne die Fähigkeit zu haben. Aber jetzt sehen wir es ja. Das heißt, dass wir das vorhin dachten, wenn wir einen Quickload kriegen konnten. Das war der Fehler. Nicht andersherum. Gut, dann... Räumen wir hier noch ein bisschen mehr frei, würde ich sagen. Ich belege gerade noch, wo. Also hier muss ein bisschen freigeräumt werden. Hier so. Wir haben das hier noch in dem Spiels noch gar nicht ausgebaut gehabt. Wir sollten hier noch... Hier wollen wir ein Lager reinquetschen, denke ich. Buchdruck. Den Dessert. Vorsicht. Nein, sie haben Kenne getötet. Die Schweine. Ich wusste, es würde passieren. Genau, Gruppe Null. Das ist natürlich Gruppe Null, die gelitten hat. Da, Chef. So, wir sollten, bevor wir in diese Richtung auch noch irgendwas versuchen, uns in die andere Richtung ein bisschen erkunden und ausbauen. So, die schicken wir hier in Holzhacken. Und dann, dann haben wir den Alpen übers Ohr gehabt. Daria und Scharfletzenkonsorten können hier runtergehen. Also hier haben wir zugehörigen auf Schwefel, wenn wir wollen. Das ist gut. Eisen ist ein bisschen schwieriger. Wir haben hier Haufen. Genug Haufen. Ich muss jetzt keine Sorgen darum machen. Hier, Stinnisse her erforschen. Damit wir unsere Scharfe zu nachfrischen können. Auch an Schwefel kommen wir, wenn wir ihn brauchen. Wir sind jetzt hier lang. Nein. Ja, mein Lord. Ja, mein Lord. Allerdings, durch die Ermordung von großen Feindesorden. So, Gruppe Null. Wir setzen unseren Schießplatz hier so vor die Burg. Oder setzen wir unseren Schießplatz nach hier hin. Bis an die Kampffront näher. Ich denke, wir wollen erstmal zentral haben. Wir setzen unseren Schießplatz nach hier hin. Ja, ja. Geschafft. Da ist die Stufe aufgestiegen. Debutant, äh, Anfängersteuer muss er auch erreichen. Bonus erhalten wir von Steuern. Auf der höchsten Stufe wird die Wirkung von Steuer und Verwaltung verstärkt. Okay, dann würde ich sagen, vergeben wir ihm erstmal bessere Steuer. Wir benutzen Experte Adel, um weiterzugehen. Da arbeiten wir uns ja gerade hin. Ja, mein Lord. Wie ihr wünscht, mein Herr. So, wir können so scharf jetzt dementsprechend wieder auffrischen, wann immer sie benötigt werden. Lieninformation, bitte. Danke. Quick-Safe. Dass ich die auf einmal mal unterbrechen musste, um das zu überprüfen, ähm, hat natürlich einen netten Vorteil gehabt. Ich konnte direkt die ersten zwei Folgen zum Rendern schicken, oder die erste Folge zum Rendern schicken und die ersten zwei Folgen schneiden. Was sehr nützlich ist. Dürfen wir? Nein. Okay. Geht Eisenhacken. Ja, ist gut. Damit wir an mehr Schafis kommen können. Wir brauchen definitiv mehr. Dafür sind wir genau die Richtigen. So soll es sein. In Ordnung. Nur Mut. Wir werden siegen. In Ordnung. Ja, seid unbesorgt. Stopp. Achso, können wir Taverne bauen. Eine eurer Helden wird angegriffen. Das ist gut. Auf keinen Fall in der Nähe. Angriff. Nein, auf den Hauptmann, wenn ihr könnt. Bitte. Ich bin gespannt, ob der Abschwung gleich hier durchquellen will. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Denn ja, wir hätten dieses Gebiet hier durchaus sichern sollen, bevor wir mit Kala gesprochen hätten. Aber ich glaube, die Horde hier hätte immer hier gestanden. So, wir können ein bisschen Schub geben wieder. Wir können es auch mit Bogenschützen ausstatten, aber das wollen wir gar nicht erst, denke ich. Wo kommt ihr jetzt schon wieder her? Ne, wirklich, wo? Gruppe 0, Taverne. Ich weiß, was Taverne nach hier hin. Zahnrad klingt vernünftig, aber zuerst mal wollen wir es noch mit dem Schloss haben. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sollt werden gezahlt. Ein Schankwirt beginnt mit der Arbeit. Okay. Kunchis. Euch fehlt Eisen. Kein Eisen. Ja! Wir haben mehr als genug Eisen für alles, was wir vorhaben. In Ordnung. Gut. Sehr wohl. Gut. Einer eurer Helden wird angegriffen. Sehr wohl. Sehr wohl. Schützen will ich auf irgendwas? Okay, die ignorieren uns. In Ordnung. Wie ihr wollt. Nein, Nebelfall lässt sich einfach nicht befernen. Ein Java. Wie ihr wünscht, mein Herr. So gut ich kann. Ja, ja. Ja, wie ihr wollt. Gut. So gut ich kann. Sehr wohl. Da wird ein Loch weiter. Wie ihr wollt. Ja, mein Lord. Ja, wie ihr wollt. So. Bis in den Tod. Ja, mein Lord. Sehr wohl. Wie ihr wünscht, mein Herr. Ja. Schön war es nach da. Meine Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Gut. Ja, mein Lord. Wie ihr wünscht, mein Herr. Ja, wie ihr wollt. Wie ihr wünscht, mein Herr. Wie ihr wollt. Ja, wie ihr wollt. Könnt ihr bitte den Hauptwart treffen? Eine neue Technologie ist erforscht. In Ordnung. Ja, ja. Auf Sie! Danke. Ja. Da müssen wir uns erstmal wieder ein bisschen nachfüllen. Er fühlt sich ja ein bisschen angekratzt. Ihr habt nicht genügend Eisen. Mit Vergnügen. Ich zeige euch den Weg. Schaut in die Ferne. Schaut in die Ferne. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Jawohl. Rohstoff finden. Ja gut, auf Rosten halt. Wir haben Rechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Buchdruck. Nun, das nächste Blödingen wird Schwefel. An den kommen wir aktuell relativ schlecht. Da hinten wäre welcher. Aber dafür hätten wir die Kiste vorher mitnehmen müssen. Wie ihr wünscht, mein Herr. Wie ihr wollt. Gut. Wird gemacht. Seid unbesorgt. Für Ruhm und Ehre. Ein Held ist in großer Gefahr. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Ja. So, jetzt können wir gleich sehen, ob die, wo die möglicherweise raus respawnen. Nope. Ach, jetzt sind die plötzlich wütend auf uns. Jawohl. Und rennen uns den ganzen Weg hinterher. Wird gemacht. Bis in den Tod. Die kommen aus den Gruben und müssen dementsprechend die Dinger bis vorher beseitigt werden. Wer hat mal ganz kurz. Wahrscheinlich wäre viel zu weit her. Na gut, wir haben nichts verloren. Nicht wirklich was verloren. Wir werden die Taverne halt noch nicht. Wir müssen noch hoffenweise Eisen beschaffen. Wird erledigt. Blunden Schloss steht ja auch noch nicht. Wir können die Steuern nicht hochdrehen. Es gibt keine hohen Steuern. Wenn wir unsere Steuerstärke aus Dario rausziehen. Das heißt, das will recht wichtig werden, dass wir das hochgelevelt kriegen bei ihm. Was schießen wir da drauf? Mal schauen, ob sie respawnen. Das ist eine ganze Klumpe da oben. Ich gehe stark davon aus. Warum bist du hier? Ja, das kann ich. Wobei. Schützen. Hört ihr auf, dumm zu sein? Stopp. Ach, wir sind was träumt. Das ist ein bisschen Weg. Das kann ich. Gern. Stopp. Wir müssen einfach nur die Minen loswerden. Wird gemacht. Ja. Jawohl. Wie ihr wollt. Wird gemacht. Wenn wir aus denen kommen, die Dinger schon wieder nachgespawnt. So soll es sein. Inno. Und das damit regeln. Sehr wohl. Ja, Herr. Wir bleiben hier. Zahltag. Die haben ein bisschen Schlaganfall. So ganz kleinen, dezenten. Ich würde ja durchaus gerne mehr Veredler setzen, aber die Wahrheit ist, es würde wahrscheinlich nach hinten losgehen. Wird gemacht. Wird gemacht. Halt. Wie ihr wollt. Wie ihr wollt. Ja. Wir kümmern uns darum. Wir bleiben hier. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuze. So, nach ihr. Halt. Sehr wohl. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Sofort. Feinde haben einen Held attackiert. Jawohl. Sehr wohl. Lehrt sie das Fürchten. Unterbindet euren Schlaganfall und sterbt. Ihr habt es so gewollt. Gern. Angriff. Ja. Wieder mit ihnen. Ja. Jawohl. Wie ihr wünscht, mein Herr. Für Ruhm und Ehre. Gut. Wie ihr wünscht, mein Herr. So gut ich bin. Wie ihr wünscht. Ja, da kann sie reinstürzen. Auf in den Kampf. Ja. Wie ihr wünscht. Sehr gut. Sehr gut. Das können wir erforschen. Ja, ja. Ich glaube es geht nicht mal in verschiedene Stufen. Ich glaube es geht einfach schneller. Und langsamer. Na gut. Einfach schneller. Ja. 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 Wie ihr wollt. Wie ihr wünscht, mein Herr. Ich glaube es geht nicht mal in die Taverne. Unsere Taverne wollten wir jetzt endlich setzen. Ja. Der Bau der Taverne bedeutet automatisch, dass wir nötigen Platz haben, um das jetzt zu machen. Also wenn wir es durchgerechnet hätten. Ein Schankwirt beginnt mit Arme. Was wir nicht haben, glaubt mir. Ich habe doch keine Ahnung, was ich verbreche. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steine. Zumindest die Hälfte der Zeit über. Ja. Jawohl. Ausbau fertig. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Wie ihr wünscht, mein Herr. Eine neue Technologie ist erforscht. Du bist jetzt... Nein, nicht raustappen. Im Bildschirm bleiben. Bitte. Spiel. So. Du bist Kunschi 5. Mitkommen. Jawohl. Und einmal ausbauen. Flaschen zu können wir schon mal erforschen. Schießanlage können wir schon mal ausbauen. Ja, so gut ich kann. Ausbau folgen. Da ist ein Level aufgestiegen. Hey. Wir können seinen Adel verbessern. Also können wir die Steuern höher machen. Ausbau fertig. Verwaltung könnten wir natürlich auch erstmal geben. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Die Erforschung... Eine neue Technologie ist abgeschlossen. Ja, sehr wohl. Ja, mein Lord. Ich klicke ihn, glaube ich, immer mehr als ich muss. Ja, wer hat es gedacht? Dann ist das Abschaum. Ja, wohl. Schaut in die Ferne. Ich bin müde. Oh. Gruppe Null. Wir haben hier möglicherweise ein Wohnhaus vergessen. Können wir mal einen anderen belästigen mit eurem Wohngeschubse? Ja. Nein, Gruppe Null nicht. Null bleibt hier. Dann, dann haben wir alles über das Ohr gehauen. Und der... Dachchef kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten, ähm, äh, Lichtung. Aber Holz gefällt. Leert sie das Fürchten. So, direkt die Grube loswerden. Halt. Ja, Herr. Halt. Macht sie nieder. Ihr werdet viel ergriffen. Wie ihr wünscht. Sehr wohl. Sofort. Das kann ich. Da wurde ich zu übermütig. Viel zu übermütig. Gut, gut. Und das hat mich jetzt zwei Trupps schwar... Ne, das hat mich jetzt die halbe Schaffler zur Truppe kostet. Der Tag der Abrechnung. Nope. Ihr zieht sich jetzt zurück. Und werdet aufgefrischt. Seid unbesorgt. Das war sowas von meinem Fehler. Ja. Mit Vergnügen. Jupp. Wer sonst nichts tut, geht hacken. Jawohl. Gerne. Ja. Ich zeige euch den... Ich hatte die Hoffnung, dass die, dass Darödie... So soll es sein. ...beschäftigt halten würde, aber nein. Dann habt ihr nicht genug Schwefel. Leider nicht. Dafür sind wir genau die Richtigen.